Willkommen zu einem weiteren Sammlungsvideo. Heute geht es um Brief von Eisenschädel Dolph. Diesmal aus der Sammlung nahe der Ruin des Sternen. Und zwar, wo befinde ich mich denn? Ich befinde mich über den Nistgründen, also in den Nistgründen. Hier oben, Bergness, der obersten Terrorvogel, des obersten Terrorvogels. Was ist in der Nähe? Hier ist Vienta und hier links ist Castleton. Ich hoffe, das reicht. Ich befinde mich hier an so einem Riesennest halt eben. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.